Der Qualitativ war Schlechteres und weiß nicht immer, was er bekommen kann. Ich habe mir da etwas mitgenommen. Das ist eine Joghurtproduktion, eine Joghurtmilch aus spanischer Produktion. Da sind Erdbeeren drauf, da sind aber keine Erdbeeren drinnen. Der Inhalt ist nicht Erdbeeren, sondern der Inhalt sind halt Schildläuse, die den Erdbeergeschmack bewirken.